Hallo zusammen, ich möchte euch heute etwas über die verschiedensten Spannensorten erzählen und das kann ich selber herstellen. Das ist ein Rainbow, sie hat den Namen durch die Farben, die aussehen wie ein Regenbogen, die Muschelschalen, respektive Schnecke, kommt aus Australien. Diese Spangen eignen sich sehr gut in die Gewässer, die eher angeschlagen oder trüb sind. Dunnersee, Prienzersee, aber auf dem Neuburgersee war es schon mit Abstand die beste Spangen für eine Saison. Momentan laufen sie auch sehr gut am Bodensee. Diese Spangen gibt es ohne Farbe drauf oben, dann ist sie durchgehend glänzend. Und dann gibt es sie auch noch mit Farbe dran, dann sieht sie so aus. Manchmal ist die Farbe grün, manchmal ist sie rötlich, grau, beige, hellblau. Je nachdem was der Schnee gefressen hat, sind es verschiedene Farben hier. Dann haben wir Tourmaline. Sieht sehr attraktiv aus. Den Schwarz. Das Perlmuth ist bei diesen Spangen besonders schön. Der Glanz des Weiss, ja man sieht es auf dem Film, aber er ist ganz speziell. Ich habe die Erfahrung gemacht mit schwarz-weissen Spangen, dass diese gut funktionieren, wenn das Gewässer extrem klar ist in der kalten Jahreszeit. Gefangen habe ich eigentlich schon fast in allen Gewässern immer wieder Fischen mitgebracht. Dann haben wir hier das Goldfischchen. Der Name ist eins. Die sind goldig-orange, wie ein Goldfisch. Was sehr begehrt ist, wenn es da drin so Streifen hat. Goldfisch ist eigentlich so eine universal Spange. Wenn ich an ein neues Gewässer komme, habe ich von denen sicher immer ein paar dran, weil die funktionieren eigentlich fast überall hier. Es ist ein sehr schönes Material. Es ist sehr dick. Es sind auch sehr starke Spangen. Universal einsetzbar. Also wenn jemand anfängt auf Seeforellen zu fischen, kann ich diese sehr empfehlen. Weil keiner eigentlich kein Gewässer, wo die keine Forellen fangen. Dann haben wir hier Burgus. Burgus ist ein runder Schneck. Darum sind die häufig auch ziemlich gebogen. Man kann auch eine flache machen aus einem Teil vom Schneck. Burgus sind sehr attraktiv. Grün ist in ihnen auch generell eine sehr gute Farbe, die ganz häufig sehr gut funktioniert. Ich habe am meisten Erfolg mit denen, wenn das Wasser schon ein bisschen wärmer ist. Wenn es nicht ganz kalt ist. Aber das ist von Gewässer zu Gewässer sehr unterschiedlich. Aber das ist sicher eine Spange, die von vielen Fischern sehr geschätzt wird. Und auch ein sehr gutes, stabiles Material ist. Man kann generell sagen, es ist nicht ein Burgus oder ein Goldfisch oder das und das, was man am besten ist. Es wechselt nämlich immer. Je nach Wassertemperatur verändern sich die Farben, die leichte Fälle sind immer anders. Es kommt auch darauf an, was die Fische fressen. Die einen fressen Rotaugen, die einen Lauben an der Oberfläche. Es gibt auch viele Forellen, die sich spezialisiert haben auf Äglen. Wenn sie zum Beispiel Äglen jagen, ist das auch immer eine sehr gute Farbe. Das sind die Smaragd. Die kommen an einem Äglen ziemlich ähnlich. Die gibt es in grünlich, bräunlich. Dann haben wir hier die Rubin. Eine sehr attraktive Spange, von der Farbe her. Was man bei denen noch etwas beachten muss. Immer die Farbe, die oben ist. Das ist eigentlich nicht das harte Material, das keine grosse Festigkeit ist. Es ist nur immer das weisse Material, das die grosse Festigkeit hat. Das ist eigentlich bei allen Spangen gleich. Das, was oben drauf ist, ist nicht so stabil. Und das, was drunter ist, ist sehr stabil. Man muss bei diesen achten, dass das Rote nicht durchdurch geht, weil sonst ist die Chance sehr gross, dass diese hier brechen kann. Das ist sicher wichtig zum Beachten beim Spangenkauf. Dann haben wir hier die Tonic-Spange. Das ist eine flache Muschelschale, wo auch Perlen produziert werden, Black Pearl. Was ich bei diesen Spangen sehr interessant finde, ist der Kontrast. Auf einer Seite sind sie perlweiss, und auf der anderen Seite sind sie dunkler. Da gibt es im Wasser einen extremen Kontrast von zwei Seiten. Ich hatte damit auch gute Erfolge in der Teufel unten, wo die Lichtverhältnisse sehr schlecht sind. Wir wissen manchmal nicht, und reagieren die Fische eher auf die hellen oder dunklen Farben. Und da haben wir eigentlich immer eine gute Kombination, wenn wir nicht wissen, auf was sie reagieren, weil eigentlich beides vorhanden ist. Ich fische diese sehr gerne zwischen 20 und 50 Meter, funktionieren aber natürlich auch auf der Wasseroberfläche. Dann haben wir hier noch die Opal. Das ist jetzt eine grüne Version. Meistens sind die richtig pink-braun. Die Spangen haben immer eine ganz schöne Innenseite. Das ist einer meiner Favoriten im Tessin, im Lugannersee. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Jade. Die Muscheln sind leider sehr klein. Die maximal Grösse ist 10-11 cm, wenn man machen kann. Wir haben auch hier wieder den Effekt. Auf einer Seite sehr hell und auf der anderen Seite grün. Da habe ich jetzt ein wenig weiter runter geschliffen, damit sie auch noch hell vorne kommt. Man kann sie aber auch total mit grün haben. Das ist für mich sicher eine der fängigsten Spangen. Ein kleiner Geheimtipp, sie sieht nicht so attraktiv aus, ist aber sehr fängig. Jetzt gerade im Neuenburgersee. Anfang des Jahres funktionieren sie noch nicht so gut. Aber im März, wenn es schon ein wenig wärmer wird oder der See etwas angetrübt wird, dann fangen sie richtig gut. So, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick über die verschiedenen Spannensorten. Danke fürs Zuschauen.